Verschwendete Mühe? Megans Bruder lädt sie zur Hochzeit ein. Ob diese Hochzeitseinladung beantwortet wird? Herzogin Megans, 37, Familie landet regelmäßig in den Schlagzeilen. Egal ob ihr Vater Thomas Markele ist er. 74, sich in den angeblichen Streit zwischen Megan und Herzogin Kate, 37, einmischt oder ihre Schwester Samantha Grenzi als Lügnerin bezeichnet. Der Trouble will einfach nicht aufhören. Jetzt hat sich der Bruder der Herzogin, Thomas Markele Jr., mit seiner 14 Jahre jüngeren Freundin Darlene Blandt verlobt. Zur Hochzeit im März will er auch Megan und Prinz Harry, 34, einladen. Er selbst war bei der königlichen Traumhochzeit nicht mit von der Partie, doch hofft Thomas Jr. Mit seiner eigenen Zeremonie die beiden Familien zusammenzubringen, wie er der Online-Ausgabe der britischen Daily Mail erzählt. Die Hochzeit wäre der perfekte Zeitpunkt für Meg, meinen Vater zu treffen. Er ist ja auch ihr Vater, und sie könnten die Vergangenheit einfach hinter sich lassen und als Familie wieder enger zusammenrücken. Es besteht die Hoffnung, dass, wenn Megan und Harry kommen würden und mein Vater, dann könnten Megan und Harry Zeit mit ihm verbringen und das wäre gut. Sollte die Hochzeit allerdings tatsächlich im März stattfinden, wie der 52-Jährige erzählt, dürfte es für die Herzogin von Sussex, ganz abgesehen vom Familienclinch, schwierig werden. Denn genau im Frühling erwarten Megan und Harry ihr erstes Kind, wie der Palast in der offiziellen Ankündigung der Schwangerschaft bekannt gab. Musik